Musik Er trankt der Spiegel Augen, trankt der Freiheit, bringt uns aber auch alles nichts. Musik Er hat auch leider keine konzentrierten Heiltränke, der gute Auswald. Nee. Aber bei ihm können wir verkaufen. Auf jeden Fall das Gegengift. Dann das Schnelligkeitsöl. Also das vergiftete. Na, einen Einsichtstrank brauchen wir eigentlich auch nicht. Konzentrationstrank. Ein Wahrnehmungstrank. Ich habe einen Wahrnehmungstrank. Hast du eine Wahrnehmungstränke? Ich kaufe noch welche. Wendigkeit, Heldentrank, Forstriesenstärke, nein, Dein Wahrnehmungstrank hast du nicht. Ich könnte jetzt echt unser Quicksafe laden. Lass mal speichern. P012, speichern wir da mal. Und dann lass mal kurz laden. Ob sich Ich muss mich bald ausruhen. Ob sich das dann überhaupt rentiert. Ich bin erschöpft, wenn es dein Wunsch hält. Das ist eine Weile rasten. So. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Okay, da ist Geld. Ich hoffe eine Pause. Also ja, wir werden da nochmal dahin zurückgehen. Und das Zeug holen. Jetzt gehen wir erst mal den Schmied besuchen. Um zu gucken, ob es sein Sohn oder Es soll geschehen. Danke nochmal, dass du mich gerettest hast. Mein Papa hat gesagt, du sollst diesen Schlüssel zu der Trühe in seiner Werkstatt haben. Er bewahrt dort einen riesengroßen Hammer auf. Wamm, wie gefällt dir das hier riese Rad. Ich muss uns nach Hafen stehen. Sicher, danke für den Schlüssel Chemisch. Wir sind zurück zum Chemisch gegangen zu sehen, ob er nach Hause gekommen ist. Er gab uns den Schlüssel in einer Truhe in Polans Haus, in der irgendein verzauberter Hammer ist. Namasko. Polans Hammer. Kanal Kreaturen treffen, die mit magischen Waffen getroffen werden können. DTW Bonus, Schadensbonus, Schaden, das 5 gegen Eisenbolems. Aha. Also ja, dir solltest du auf jeden Fall aufwürbar. Was macht das Ding noch mal? Ach, mir ist zwei Charisma beim Tragen. Ja, ihr beide braucht nicht so viel Kares machen. Und irgendwann kriegen wir auch noch was anderes für euch beide. So, dann hast du nichts mehr, was verkauft werden muss. Munition kann da rein. Auf jeden Fall brauchen wir viel Munition. Ja, und der Gürtel ist ja auch verfolgt. Ich danke euch, dass ihr meinen Jungen für mich gefunden habt. Ich hatte die Auto schon beinahe aufgegeben. Ich war fast vom Stuhl gefahren, dass er zu Törein gegriffen kam und Geschichten von Edmund Monstern plapperte. Und er selbst hat kam einen Katze davon getragen. Er ist jetzt hinten und holt sich aus. Geht nur rein und sagt den guten Tag, wenn ihr mit. Ach, werden wir. Zuerst mal wir gerne was kaufen. Ja, das Kettenhemd ist was wert. Die ganzen Schwerter muss werden. So. Langenschwert, Kettenhemder. Berserker, Wurffeile. Die können weg. Ninjato kann weg. Katana. Abwehrarmbände. Das kann alles weg. Die können alle weg. Langbogen, nochmal das Schild. Den Schädel will er nicht. Die Abwehrarmbände, aber die bringen nämlich nichts. Ja, Schnellschussarm muss kann auch weg. Du hast nichts. Ja, beschlagnene Lederwärm, das Bote, selbst kann weg. Äh, und die beiden können wir hier nicht verkaufen. Wie kann ich? Es soll geschehen. Sofort. So, dann sollten wir jetzt erst einmal uns auch im Auftraggeber unten Hallo sagen, dass wir das Herzsternjuwel haben. Irgendwer fehlt dort, oder? Irgendwer geht hier um, Wege. Ja, Lunastra geht gerne um Wege. Dein Befehl vorwärts. Ich bin der Schöpf. Lasst uns eine Weile rassen. Sylvanus, sei Dank, ihr seid zurück. In Kuldara bahnt sich Schlimmes an. Orcs schleichen durch die Stadt und bringen die Leute um. Ich muss euch fragen, habt ihr die Quelle des Bösen im Drachenauge gefunden? Vielleicht eine merkwürdige Frau namens Xunomai hat eine Armee von treuen Echsenmenschen Johanniti und Untoten zusammengestellt. Ich habe sie und viele ihrer Gefolgsleute besiegt. Ausgezeichnet. Danke, dass ihr meinen Erzfeind vernichtet habt. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Was? Was meint ihr damit? Ich spüre eure Aura des Bösen. Ihr seid nicht alle ungelb. Wer seid ihr? Erzfeind, wovon redet ihr? Ich bin mir sicher, dass Xunomai es euch erklärt hat. Sie und ich waren seit Jahrhunderten verfeindet. Dank euch hat die Fäde nun ein Ende. Ja, sehr schön. Arundel haucht über uns sein Leben aus. Jetzt kann ich ohne Angst beginnen, meine Truppen in dieser Welt aufzubauen. Nein, wer wer seid ihr? Wer ich bin? Ich bin nur ein einfacher Priester, der die Lehre des Leidens unter den Massen verbreitet. Okay. Alt werdet ihr alle die Litanei unseres Glaubens kennen. Ihr solltet besser anfangen zu beten. Lebt wohl. Okay, das war ein Fäger-Rundel. Wir sind nach Kuldahar zurückgekehrt. Was mussten wir vorfinden? Ein Mann, der vorgab bei Rundel zu sein. Der Gestaltwandler, wer auch immer er sein mochte, dankte uns dafür, dass wir Xunomai beseitigt und ihm die uneingeschränkte Herrschaft über Kuldahar und Osthafen ermöglicht hatten. Also genau hat das nicht gesagt. Er verschwand bevor wir mehr erfahren konnten. Jetzt wo er im Rundel ermordet wurde, fürchte ich, dass den Menschen von Kuldahar und Osthafen düstere Zeiten bevorstehen. Herr Rundel, was ist geschehen? Mein Mann und auch kein Mann. Er trug meine Haut wie einen Mantel, mein Gesicht wie eine Maske, dauchte hier mitten in der Nacht auf und griff mich an. Selbst die Natur schien vor ihm zurückzuweichen. Ich konnte ihn nicht mal mit der Stärke der großen Eiche aufhalten. Er berührte mich kurz. Seine Hände waren wie Blut und plötzlich spürte ich, wie mein Blut mich verließ. Ach, Rundel heißt es durch, vielleicht können wir euch immer noch helfen. Nein, nur die Hoffnung, dass ihr zurückkommen würdet, hat mich am Leben erhalten. Ihr müsst den Herzstein zur Elfenfestung der abgetrennten Hand bringen. Zur abgetrennten Hand, aber warum? Die Festung ist das Gefängnis von Larl, einem der letzten Erzmagier der Elfen. Er ist der einzige, der das Herzsteinjuwel noch beschwören kann, wenn er noch lebt. Aber die abgetrennte Hand, ich habe noch nie davon gehört, wo kann ich sie finden? Sie ist im Süden. Die Natur wird euch leiten. Dazu wird meine Macht noch reichen. Aber nun lebt wohl. Dient dem Gleichgewicht. Schützt Gulda vor diesem Bösen. Ja, eure Karte wurde aktualisiert. Wir haben Arundel in einem Raum im oberen Stockwerk seines Hauses entdeckt. Niedergestreckt von einem Mann, der Arundels eigenes Gesicht druckt und dessen Hände wie Blut waren. Arundel hatte kaum noch die Kraft, uns zu sagen, dass wir die alte Elfenfestung der abgetrennten Hand suchen sollten und dass sich in der Festung ein Elfenmagier namens Lachl aufhalte. Die letzte Person, die das Juwet benutzen kann, um die Quelle des Bösen zu finden, die das Kulda heimsucht. Arundel sagte uns, die Natur würde uns zur abgetretenen Hand leiten und dass wir in der Lage sein sollten, mit Hilfe der Weltkarte zu unserem Ziel zu gelangen. Lebt wohl, Arundel, wir werden euch rächen. Gewiss. Okay, und wir plündern jetzt gerade noch seine Leiche. Das machen gute Helden so. Stab des Zornes der Natur. Diese Eisenbügel beschlagen den Stab an eine besonders militante Gruppe Silvanischer Druiden geschaffen, um den Zorn der Natur auf all die jenigen zu lenken, die die Wälder verschandeln und dem Druiden Ordnung keinen Respekt zollen. Diese Silvaniten haben den Stab oft gegen Priefer Malas und andere Götter der Wut eingesetzt. Hm. Äh, kann nicht verwendet werden von Bardic, Kleriker, Kämpfer, Magier, Mönch, Paladin, Waldläufer, Dieb, Schamane, aber du bist ein Hexenmeister. Kann also nur von Druiden verwendet werden. Gut. Äh, ja, kann, kann dann weg. Wir gucken, ob wir mit den Schädeln noch was anfangen können, ansonsten können wir sie auch irgendwo rausschmeißen. Können wir mal kurz gucken, was es auch mit den Pfeilen hier auf sich hat. Pfeile plus eins, okay, die hab ich noch gar nicht einfach identifiziert. Ja. Ich meine, das meiste an Pfeilen kann ich wahrscheinlich verkaufen. Höchstwahrscheinlich Feuerpfeile und Pfeile plus eins und zwei verkaufe ich mal nicht. Ja, es soll geschehen. Weiter. Hier oben war sonst nichts mehr außer einen toten Arundel. Nein. Sofort. Gewiss. Es soll geschehen. Gut, das heißt dann jetzt erstmal unnötigen Ballast loswerden. arundel. Sofort... Ja.